Den Brexit verschieben, was bedeutet das dann für die EU-Wahl? Und Countdown für Marathon, warum es für Afrikaner immer schwieriger wird, dabei zu sein. Das sind heute die Themen. Einen schönen Freitagabend beim ZIP-Magazin. Mit Vollgas schaut auch die ORF1-Info in die Zukunft. Am Montag geht's los mit neun Sendungen. Aus dem ZIP-Magazin wird dann das neue Magazin 1 am neuen Sendeplatz um 18.10 Uhr. Wir wollen jetzt aber noch einmal zurückschauen. Am 4. März 2013 sind wir mit dem ZIP-Magazin zum ersten Mal on air gegangen. Seither ist viel passiert, in der Welt, aber auch modetechnisch. Viel Spaß mit unserem streng subjektiven Querschnitt aus sechs Jahren ZIP-Magazin. Zugegebenermaßen, wir haben uns wirklich den denkbar schlechtesten Tag ever für eine Kopenhagener Radfahrreportage ausgesucht. Ich würde lieber sterben, als mich verheiraten zu lassen. Mir kann eh nichts passieren. Ich bin durch die Hölle und wieder zurückgegangen. Sie brauchen Bargeld, vielleicht für die Beiseltour heute Abend. Kein Problem. Ich war die Sekretärin von Josef Goebbels. Es beginnt mit einem Jucken. Dann kommt der Niesanfall. Und hier steht Allergieauslöser Nummer 1, die Birke. Jetzt haben wir nur Fisch geschrieben. Jetzt haben wir noch Fische auch geschrieben. Ein Tars Weder spart 450 Abgeordnete ein. Ja, genau so ist es. Hallo, Entschuldigung, wir haben ein ziemlich großes Budget noch in Österreich. Wollen Sie das vielleicht stoppen? Na wirklich, ja. Die Geschichte ist noch nicht ganz da. Sie ist noch am Flug. Wir warten noch ganz kurz. Sie ist noch in den Städten. Aktuell fehlen 9.000 Arbeitskräfte. Die Redakteure schneiden noch das letzte Bild im Moment. Die Geschichte müsste bald kommen. Nach den USA steckt jetzt also auch Großbritannien mitten in einem Spionageskandal. Wissen die auch, was sie gerade tun? Kommt der Beitrag noch? Dementsprechend geht's drunter und drüber mit den Balkendiagrammen in den Medien. Diese glücklichen Dänen. Nur zwei Dinge haben sie nicht. Gutes Bier, das man sich leisten könnte und... Conchita-Wurst. Du hast Euler. Euler. Euler? Euler. Hier ist gleich die Taube. Das gibt's ja nicht. Verpiss dich. Jetzt scheiß die da her, das gibt's ja nicht. Scheißbier voll ins Bild. Sankt Lasse Baba. Ich bin ein Schaden. Das neue Magazin 1 startet dann am Montag um 18.10 Uhr. Wir hoffen, dass Sie mit dabei sind. Weiter geht's jetzt mit dem ORF1-Wetter. Schönen Abend.